Ja, super wie ich dir einfach mal das Spiel beendet habe, warum auch nicht. Es war wahrscheinlich einfach zwei Klicks zu viel für das Spiel und da dachte ich, dass ich wieder einmal... Yay! Absturz! Na gut. Und ich hätte gerne mal den ganzen Spaß, den du ja hast. Achso, Quatsch. Dann nehm ich das mit. All diesen Krempel, den ich verarbeiten kann. Okay, dann nehm ich das mal mit und guck mal, was ich so wenn eventuell... Und guck mal, was ich eventuell da herstellen kann. Ist das gar nichts? Hallo Schnecke, na wie geht's dir? Boah, ist hässlich. So. Das wundert mich jetzt irgendwie, warum ich hier nichts herstellen kann. Ich hab doch Materialien ohne Ende. Okay. Ich kann... Weingrassbüsche herstellen. Ich hab irgendwie nicht das richtige Zeug zum herstellen, wie es aussieht. Dann hau ich mal weg. Das da das da. Das da. Oh ne, mal mit das da. Das da, das da. Okay. Magiekristall. So hoffen wir, dass jetzt irgendwas funktioniert. Rohstreifen. Starbmauer. Macht der Gewohnheit. Okay. Alchemie wäre drin, Koch wäre drin. Gehen wir mal zur Alchemie, ich glaub die Alchemie haben wir fast noch gar nicht gemacht. Der wird reizt ist immer da. Jo, da kriegt man auch ordentlich die XP dafür. Ja, in dessen trinke ich meinen Schluck. Und da haben wir eine ganze Menge Bedingungen erfüllt. Erstmal Null Prodienung Bedingungen hier. Alles nehmen. Dann haben wir hier jede Woche. Alles nehmen. Dann haben wir ein Standardproduktion. Alles nehmen. Gehen wir mal raus. Gehen wir mal rein. Und da war nix mehr. Komm, look at my wares. Standorteil dran. So, schauen wir mal, ob wir hier noch mal ran können. Wir können noch ein paar mal das hier machen. Was mich erwundert ist, wozu wir die ganzen hergestellten Rezepte noch bauen. Wir müssen ja noch tausend Rezepte finden. Ist ja immer gut, wenn ihr das reinschreiben würdet, wie viele Rezepte man da noch finden kann. Ob man vielleicht doch irgendwo Rezepte kaufen kann. Das wäre sehr interessant. Das würde ich natürlich sofort machen, wenn ich Rezepte irgendwo kaufen könnte. Könnte man gleich mal gucken, was es hier gibt für Läden. Map. Es gibt den Gylden Assistenten. Ich gucke einfach selbst nach. So, also bei der kriegen wir definitiv keine Rezepte. Nein. Beim Alchemisten bekommen wir auch nichts. Wie siehts hier? Wie kann ich von Service sein? Wie kann ich von Service sein? Wie kann ich von Service sein? Auktionshaus. Hallo. Okay. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Gildendienst. Wenn ihr eine Gilde gründen wollt, müsst ihr bei den Gildenassistenten wie mir eine Bewerbung einreichen. Gebt eure Gilde einen Namen und hat 5.000 Gold Gebühr. Hilft mir! Apokalypse. Gildenname Sparta, Robben, Gildenlevel, Gildenpunkte. 05.000 Gold Gebühren. A6.000. 06.000. 06.000. 8.000. 06.000. Auch hier. Anritt hast du nicht. 06.000. 06.000. Fusschen. Interessant. Fairytale klingt ja mega geil, weil wer kennt es nicht Fairytale? So, was haben wir hier noch? Wir haben nichts weiter. Ich finde es schade, dass man hier nicht irgendwo so Kisten finden kann oder sowas blindern kann vielleicht mal. Wäre schon geil. Nachricht haben wir auch keine. So, wir wollten gucken, ob wir irgendwo noch Zauberrollen kriegen. Ah, ich müsste es ja bei... Ja, es ist der Händler. Der bekommt gar nichts. Ja, du bekommt den Stoff hier. Du bekommt besinnlose Gegenstände. Drachensplitterentfernung, Auslösungsbewässerung. Ah, er kennt man ja schon. Ist das bei dir kaputt? Der ist so geil. Ich feier den voll. Ähm. Ja. Ich frage auch alles selbe. Weiß nicht, sieht so aus. So. Die jungen Leute heutzutage klüren sich nicht mehr ums Fischen. Meine Söhne wollen alle Abenteurer werden und träumen davon, reich zu sein und bei den Frauen beliebt. Wer träumt davon nicht? Wie dieser Brax. Naja, irgendwann habe ich den Fischen auch aufgegeben, aber kürzlich habe ich bei einigen Freunden herumgebreit, dass ich ihnen frischen Fisch als Geschenk fangen würde. Und dann sagte ich noch, ich würde ihnen das schwerste und zu fangende Fisch bringen. Ich Idiot. Wen will ich denn in meinem Alter noch beeindrucken? Würdet ihr mir vielleicht helfen? Präpariert die Leine mit einer Grünhautköder und lockt damit die Fische an. Dann müsste extrem schnell sein, um sie einzufangen. Bringt mir ein paar Silberfelschuppen als Beweis. Älteren Drogöse protecten dich. Was? Nun soll ich jetzt Fischen? Fischen! Fische? Irgendwie sehe ich ja nichts. Aber das gilt aber, ich konnte. Kriege ich den Silberfische her? Habe ich irgendwie eine Legende oder sowas noch? Lebenswürdehändler, Rena, Alchemiehändler, Gehegeverwalter, Seelenzauberer, Rüstungshändler, Schreiner, Gucken wir mal kurz woanders. Auktionshaus, Bankier, Postboote, Alchemie, Waffenhändler, Ambus, Ähm, Irgendwie ja nicht. Na gut. Wir sollen ihm also Silberfische bringen. Ich wüsste aber gar nicht, wo die sind und wie wir die fangen. So. Nächtige Attacke besiege den Einbrecher. Hier oder was? Ähm, Habt ihr sonst gewonnen? Juhu, 400 Gold. Was ist das denn? Warum leuchtet das? Bindung erstellt mit Schattentod. Okay. Bindung erstellt mit Schattentod. Okay, keine Ahnung, was das denn so ist. Ähm, das ist eh schlechter, oder? Ich habe eine Bindung erstellt mit Schattentod. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hier, ich gebe mir noch weniger Punkte, die Viecher. Oh. Okay, dann muss ich jetzt auch was loswerden. Ich habe die Schriftrolle bekommen. Oh, was haben wir denn hier? Lol, was haben wir alles an Schriftrollen? Erlernen. Dunkelgrüner Porzellantopf. Verzierter Steinzylinder. Topf von Bulnesia. Windschattenschuhe. Waldschattenschuhe. Wir nehmen noch kurz das mit. warte, hier war es gerade noch, genau. Dann gucke ich mal ganz kurz, was die Waldschattenschuhe machen. Oder wie ich die Waldschattenschuhe mache. Geil. Wir müssen eh unsere Elemente an. Ich habe vergessen, dass wir wieder alles in die Bank reinzustellen. Und wie gesagt, was für eine Bindung. Ich habe gerade irgendeine Bindung aufgebaut. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Schuhe. Äh, Schuhe. Mach ich doch bestimmt hier. Nur mal zwei Däne. Stabgriff. Ah, guck mal. Level 13. Uh. Beim Waffenschmied. Da kann man gut leveln. Mischstreifen. Machen wir mal Mischstreifen.